Wie heißt du? Pasha Smolnikov. Kurier. Wer ist da? Flügel von Moskau, Expresszustellung. Die Welt ist vielfältiger, als du denkst, Kurier. Lauf! Lauf! Wer bist du? Wer sind sie überhaupt? Und was ist hier eigentlich los? Hast du das gesehen? Wir sind dafür verantwortlich, dass alle alternativen Lebensformen, die hier in Moskau leben, unter Kontrolle bleiben. Verstehe, scheiß Men in Black. Ist ein aufregender Job, haufenweise Adrenalin. Sorry, das hört sich wie eine Verarsche an. Vampire, Werbe für Basilisten, ich glaub nicht. Ist es cooler, Kurier zu sein? Begrüßen wir unsere Gäste. Es wird ein Krieg zwischen den Menschen und den Gefallen entgegen. Was willst du dagegen tun? Hören Sie! Bitte, Kumpel, ich hab nichts damit zu tun. Dann reden wir in Ruhe, darüber ich weiß gar nichts.